Ein Behälter, den Sie vielseitig einsetzen können, gerade wenn Sie im Bereich Kaffee denken. Unser Kaffeehaus für 19,90 Euro im März bietet die Möglichkeit, zum Beispiel entweder gemahlenen Kaffee hier drin aufzubewahren, dunkel abzudeckeln, denn Kaffee ist ja ganz wichtig, dass man das auch verdunkelt, oder zum Beispiel Kaffeebohnen, je nachdem, wie Sie es einsetzen möchten. Es hat einen fest verschlossenen Deckel und einen etwas höheren Behälter, dass Sie das zum Beispiel auch hier luftdicht abschließen können. Wenn Sie Ihre Kaffeehausbehälter auseinandernehmen, haben Sie einmal hier die Möglichkeit, an die Kaffeebohnen zu denken. Das heißt, hier passt schon anderthalb Päckchen von den ganz großen Kaffeebohnen hier mit rein, um Ihren Vorrat aufzubewahren. Dann haben Sie die Möglichkeit, wenn Sie sagen, Sie sind ein Fan von gemahlenem Kaffee, mit dem Einsatz zu arbeiten. Auf der einen Seite können Sie zum Beispiel auch gleich Ihre Filterpapieren hier reingeben und hier kommt der gemahlene Kaffee rein. Danach wird es hier reingesetzt und zum Rausnehmen von Ihrem Kaffee, von Ihrem Gemahlen, gibt es auch noch einen Löffel bei, damit Sie genau hier den Kaffee dosieren können. Damit Ihnen der Löffel nicht abhanden geht, setzen Sie den Löffel bitte hier oben mit ein. Okay, und somit ist es auch hier noch mit dem Deckel komplett verschlossen und man kann dann zum Beispiel das Ganze dann auch so schön hinstellen. Sie können es auch umfunktionieren. Es muss jetzt nicht nur unbedingt was für Kaffee mit sein. Sie können das auch hier neben einhaken, andersherum. Sie können es auch hier einhaken, andersherum. Sie können es zum Beispiel auch so einhaken und haben die Möglichkeit, das so hinzustellen. Wenn Sie einen Behälter suchen, wo Sie sagen, Sie möchten Ihr ganzes Kochutensilien reingeben, alles an Löffel, Schöpflöffel oder dergleichen, was neben dem Herd steht, kann das natürlich auch umfunktioniert werden und diese Variante hier zum Beispiel im Einsatz mit sein. Sie brauchen einen Behälter, um zum Beispiel Kekse mit reinzugeben. Warum nicht einfach den großen Behälter so nutzen, dass man sagt, man macht mal Kekse hier mit rein und dann ist das Kaffeehausbehälterchen auch dazu im Einsatz. Sie sehen, man kann sehr vielseitig mitarbeiten. Das ist unser Kaffeehaus im März für Sie im Angebot für 19,90 Euro.